Hallo, nachdem wir jetzt angefangen haben, Änderungen an unserem Beispiel vorzunehmen, kann es ja manchmal sein, dass es notwendig ist, einen Hotfix zu machen. Also es kommt irgendwas Unvorhergesehenes und dann muss man schnell reagieren. Zum Beispiel, dass jemand anruft. Ja, hallo, schlingen Sie den Mama verrat? Ja, grüß Gott, Githuber hier, Githuber Ludwig. Hallo, Herr Githuber, wo brennt es denn? Es gab ein Problem mit Ihrer Homepage. Das trifft sich gut, ich baue gerade Ihr Impressum ein, was ist denn das Problem? Die Seklinie ist aus, das steht auf unserer Homepage noch das Superangebot und die rennen uns hier die Bote ein, aber die Seklinie ist aus. Okay, alles klar, ich nehme das dann raus und wenn ich das Impressum einbaue... Ja, die Githuberin wird schon ganz nervös, weil all meine Leute deswegen kommen und die sind dann zauber, weil die Seklinie halt aus ist. Das muss gleich weg. Alles klar, dann mache ich das sofort, sagen Sie eurer Frau, in 10 Minuten ist es weg. Ja, danke, alles Dank, Githuber. Auf Wiederhören, Githuber. So, das heißt jetzt also, wir brauchen erstmal einen neuen Issue. Ja, also gehen wir mal auf Github, da schreiben wir jetzt mal rein. Sieglinde muss raus. Schauen wir mal rein. Anruf. Githuber. Bums. Okay, den nehmen wir auch wieder selber und hängen den jetzt einfach mal als Issue 2 ins System ein. So, schauen wir mal, was will der Mann von uns. Alles klar, also diese Sonderaktion hier mit der frischen Sieglinde, die soll raus. Ja, die ist bei uns, das gehört ja, dieser rechte Teil gehört zum Futter. Die ist im Futter drin. So, jetzt machen wir das mal nach den Regeln der Kunst. Also, wir haben ja gesagt, hier ist alles gespeichert. Das können wir jetzt also zumachen. Und dann legen wir mal den Branch erstmal weg. Das heißt also, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja im Prinzip, wir wollen das, was wir hier jetzt unter Head 1 haben, erstmal einchecken. Dann müsste es ja, wenn ich das jetzt abschicke, sehen wir, okay. Also, es wird hier ins lokale Repository eingecheckt. Sehen wir, es gibt hier eine neue Version. Und das ist auch die aktuelle Version, die wir gerade ausgecheckt haben. Deshalb hat die hier noch das Head-Label. Gut, dann machen wir weiter. Das nächste ist, wir schalten wieder auf den Master zurück. Das war die Version, mit der wir als letztes Produktiv waren. Und jetzt sehen wir, jetzt wird der Head umgeschaltet. Das heißt, das, was jetzt auf der Platte ist, ist der Master. Und war natürlich diese letzte Version, also die ohne die Änderung. Jetzt schauen wir hier mal rein. Sagt er uns hier, aha, also ist der Content ist wieder left, also linksbündig. Den Foot hatten wir noch geändert. Da sehen wir, ist hier noch dieser alte Mail-Kontakt drin. Also das ist jetzt im Prinzip die Version hier vor dieser geänderten Version. Das passt ja zu dem, was wir haben wollten. Und dann schauen wir mal weiter. Als nächstes müssen wir jetzt natürlich konsequenterweise uns eine neue Branche machen für den Issue 2. Also immer die Nummer nehmen, die uns das System gibt. Und wenn ich das jetzt mache, dann passiert ja folgendes. Ich kriege hier ein neues Label. Also ich habe jetzt gesagt, das, was gerade aktuell ist, Head, Master, also der da, das bekommt jetzt auch noch den Label Issue 2. An der Stelle kann ich noch nicht damit arbeiten. Der Head ist ja immer noch der Master, also muss ich es auch noch auschecken. Also geht Checkout Issue 2. Und jetzt soll ja hier Siglinde drin gelöscht werden. Also machen wir das. Sehen wir, wird okay umgeschaltet. Wir haben immer noch diese Version. Aber der Head zeigt auf den Issue 2. Das heißt, wenn wir jetzt wieder einchecken, müsste hier eine neue Version als Branche von dieser Version abgeleitet entstehen. Ja, und jetzt haben wir gesagt, aus dem Footer soll raus diese frische Aktion mit der Siglinde. Aber schauen wir mal hier, das scheint dieser Span hier zu sein. Also der ist irgendwie special. Das ist die Klasse, damit das dann so ein bisschen orange leuchtet da. Frische Siglinde eingetroffen. Das Ganze soll jetzt hier weg. Habe ich jetzt einfach mal gelöscht. Das war jetzt nicht so der große Wurf. Aber immerhin, jetzt haben wir die Änderung, die sich der Herr Githuber gewünscht hat. Und da rein gebaut. So, dann das Ganze wieder rein. Also Issue 2, Siglinde gelöscht. Ja, und wir hatten ja gesagt, das müsst ihr jetzt eigentlich hier entscheiden. Das tut es auch. Wenn ich es abdrücke, es steht hier, okay, ein Fall geändert. Irgendwo ist was hinzugefügt worden. Irgendwas ist gelöscht worden. Und ich habe dann hier den Issue 2 mit einer neuen Version. Ja, das passt. Also das ist genau das, was wir haben wollen. Schauen wir nochmal rein. In Master schalten wir jetzt zurück. Weil damit wollen wir ja gegebenenfalls weiterarbeiten. Denn der Plan ist ja jetzt, diesen Issue 2 wieder auf den Master zurückzumergen. Also sprich, die Änderungen, die hier drin sind, sollen in den Master wieder einfließen. Also da in diese Versionshistorie eingebaut werden. Das gelingt uns mit Gitmerge Issue 02. Also Issue 02 ist ja der Branch, von dem wir ausgehen. Also den wir jetzt zurückmergen wollen. Und gemerged wird immer in den Head. Also das, was gerade ausgecheckt ist. Wenn wir jetzt mal hier schauen. Ausgecheckt ist wieder der Master. Gucken wir mal da rein. Da ist die frische Aktion von der Siglinde noch drin. Die hatten wir in den Issue 2, hatten wir die gerade gelöscht. Jo, dann machen wir das jetzt mal. Mal sehen wir, okay, also hier ist was passiert. Es gibt diese 5 Löschaktionen. Und jetzt sehen wir alles klar, was ist passiert. Es gibt hier eine neue Version mit einem Master. Und die heißt natürlich auch Issue 02. Und die ist gleichzeitig der Head. Das hat also alles wunderbar funktioniert. Es gab keine Konflikte. Das heißt, er macht uns hier gleich eine neue Version. Schauen wir mal hier rein. Sehen wir, aha, alles klar. Hier, die Siglinde ist weg. Was immer noch da ist, ist hier unten diese E-Mail. Die hatten wir ja in dem anderen Branch, also in dem Branch geändert. Das ist wunderbar. Und im Style Sheet, schauen wir mal, da sehen wir immer noch links unterwegs. Ja, okay, also dieser Footer ist im Prinzip noch so wie erwartet, aber eben mit dieser einen Änderung, dass die Siglinde raus ist. So, das können wir uns auch nochmal eben anschauen. Gucken wir nochmal ins Git K rein. So, da sehen wir das jetzt. Also, wir können hier sehen, alles klar. Hier, das rote, das ist weg. Da sehen Sie hier diese Minus. Ja, das Plus ist irgendwie so eine Leerzeile. Da habe ich offensichtlich irgendwie noch ein Enter drin gelassen. Ja, das ist das, was geändert wurde. Und das kann er sauber übereinanderlegen. Ja, da gibt es kein Konfliktmanagement. Bei dem anderen werden wir nachher sehen, da gibt es ein bisschen Konflikte. Da werden wir uns noch um das Konfliktmanagement kümmern müssen. Aber hier ist jetzt alles super. Also, wir sehen, alles klar. Hier, ich habe das bearbeitet. Ich habe den Issue 2 dran gemacht. Und wir sehen hier, alles wunderbar. Der Master ist hier gerade ausgecheckt als Head. Das passt also gut. Dann gehen wir jetzt zurück und schauen, wie wir das Ganze möglichst schnell ins Produktivsystem kriegen. Wir haben ja mal gerade gesehen, der Herr Githuber war ein bisschen aufgeregt. Also, machen wir jetzt erst mal einen Push. Also, dieses ganze Zeug soll bitte hier auf der anderen Seite erscheinen. Und das tut es dann auch. Also, wir haben jetzt hier diese neue Version. Wir sehen hier, das ist alles hochgeladen. Und dann müssen wir eigentlich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite das genauso sehen. Da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Also, machen wir mal eben hier unser GitHub auf. Gehen wir mal schauen, was unser Code macht. Und da sehen wir, aha, der Code hat jetzt vier Commits. Einmal für den Issue 2, Siglinde gelöscht. Und wenn Sie das hier mit dieser Notation mit den Lattenzaun machen, dann kriegen Sie hier einen kleinen Link eingebaut. Siglinde muss raus. Wunderbar. Das ist, Siglinde ist raus. Den können wir gleich zumachen. Wenn wir es ausgeliefert haben, solange lasse ich den jetzt noch offen, den machen wir dann gleich noch zu. Und wie wir jetzt diese Änderungen publizieren, also quasi den Hotfix publizieren, während das andere noch in Bearbeitung ist, das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Und wie wir jetzt hier sind, wenn wir das hier mit der Notation 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 mit der Notation. Und wie wir jetzt hier mit der Notation mit der Notation mit der Notation mit der Notation.